Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video haben wir euch an die schöne Stadt Girona gezeigt und haben euch mit ins Dali-Museum nach Figueres genommen. Auch das schöne Weingut von Frankreich hat sich gelohnt, da wir dort hervorragende Wein probieren durften. In diesem Video zeigen wir euch die tolle Stadt Avignon, nehmen euch mit zum Zwischenstopp nach Grinobel und fahren weiter in die schöne Stadt Ensi. Also, lehnt euch zurück und genießt dieses Video. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Just Lally Day, das sind wir, Diana und Frank. Wir haben das Reisen für uns entdeckt und möchten noch viele schöne Plätze auf der Welt kennenlernen. Mit unserem Wohnmobil der Ella oder mal mit dem Flieger an ferne Ziele erkunden wir die schöne weite Welt. Die fältigen Menschen, die wir auf unseren Reisen begegnen, können wir immer was lernen. Auch die vielen kulinarischen Genüsse in den verschiedenen Ländern bereichern unsere Hobbyküche. Auf jeder Reise lernen wir neue Menschen kennen, die zu Freunden werden. Kommt mit und wir machen uns schöne Lolli Days. Unser nächstes Ziel ist Avignon. Angekommen vor den Toren von Avignon finden wir einen schönen Campingplatz. Wir zahlen für die Nacht inklusiv Strom, Dusche, Fähr und Entsorgung 25 Euro für die Nacht. Dieser Campingplatz ist super gelegen, um sich die wunderschöne alte Stadt Avignon anzuschauen. Wir sind in Avignon angekommen. Da vorne ist unser Campingplatz. Wir gehen jetzt einmal kurz hier über diese Brücke und dann sind wir schon in der Altstadt. Komm mit! Das ist hier eine richtig schöne Stadt. Das ist so viel Märchen. Toll! Avignon ist eine Stadt in Südfrankreich und hat 91.500 Einwohner. Diese Stadt war von 1309 bis 1376 Papstsitz. Deshalb trägt die Stadt den Namen Stadt der Päpste. Die Altstadt von Avignon mit ihren prächtigen mittelalterlichen Häusern ist von einer intakten und imposanten Befestigungsmauer umgeben. Die Altstadt mit dem gotischen Papstpalast aus dem 14. Jahrhundert, der Bischofsanlage, dem Rocher des Doms und der berühmten Brücke, dem Pont Saint-Bené, zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Jahr 2000 war Avignon Kulturhauptstadt von Europa. Unser Fazit, diese Stadt ist definitiv ein Besuch wert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und auch hier finden wir einen kleinen Weihnachtsmarkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen in eine Fischboutique. Untertitelung des ZDF, 2020 Und haben für zwölf Stück 10,80 Euro bezahlt. Also wenn man das umrechnet, ist alles unter einem Euro. Ein großer Wunsch von mir war auch einmal mit einem Baguette durch Frankreich laufen. Und das mache ich jetzt. Achtung, guck. Avenue, eine tolle Stadt. Mit tollen Baguettes. Yum, 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 yum. Heute fahren wir weiter nach Grinobel. Thats Deixa Zone. I know my passing by, life is good, best I've ever felt. neu, job. In Grinobel angekommen, finden wir einen kostenlosen Stellplatz von der Gemeinde mit Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten. Diese Stadt nutzen wir nur als Zwischenstopp auf dem Weg zur schönen Stadt Enzi. Wir werden nochmal wiederkommen, um uns diese Stadt anzuschauen, weil wir denken, dass sich das auch hier lohnen wird. Weiter geht es durch Frankreich zur Stadt Enzi. Hier besuchen wir unsere liebe Nichte, die gerade dorthin gezogen ist. Musik Musik Wir parken unser Auto in dem kleinen Dorf Ton, weil dort ist unsere Nichte hingezogen. Diese nimmt uns mit und zeigt uns die wunderschöne Stadt Enzi. Musik Auch hier gibt es tolle Weihnachtsmärkte. Wir schlendern durch die alte Stadt und finden, dass das auch hier wieder ganz niedlich ist. Wir finden viele kleine Gassen und denken teilweise, dass wir bei Harry Potter sind. So niedlich ist das alles hier. Musik 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 Enzi liegt eingehüllt von schönen Bergen und hat einen wunderbaren, klaren See. Enzi ist eine Alpenstadt im Südosten von Frankreich und hat 125.700 Einwohner. Musik 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 Über die Stadt thront das mittelalterliche Schloss Chateau de Enzi. Man sagt, Enzi zweifelsohne ist die schönste Kleinstadt auf dieser Erde. Musik 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 Jetzt alle die Lillen sind weg und die Däste sind weggebracht. Weil ich manchmal denke, dass ich mich verlassen. Mein Gehirn bringt mich zurück. Wenn die Schnee beginnt zu singen, zu warm. Aber ich will never leave your side You're the reason to my cry Never weather and runs dry And your roses are my kind Goodbye, my friend Our love remains But not this way I'm in your body As it's late Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah Am nächsten Tag starten wir Richtung Freiburg. Wo wir unsere Freunde besuchen. Wir verbringen einen wunderschönen Abend und planen unsere nächste Reise. I let go when time is right I let go when time is on our side And you made something beautiful Out of something horrible In the night we shall go deeper to fall and down, down, down It's the crime of the century we fight Weiter geht es zum nächsten Stop nach Borken Auch hier besuchen sie Freunde von uns Und hatten auch einen wunderschönen lustigen Abend Und nun ist unsere Reise beendet Wir sind wieder in Oldenburg Und beginnen mit der Planung für unseren nächsten großen Trip In the end we'll see a change Only love lies only low In the night we shall go in will to fall Down, 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 down Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis bald Eure Diane und Frank Wir sind wieder auf, wir sind wieder auf, wir sind wieder auf Wir sind wieder auf, wir sind wieder auf, wir sind wieder auf Wir sind wieder auf, wir sind wieder auf, wir sind wieder auf Wir sind wieder auf, wir sind wieder auf, wir sind wieder auf, wir sind wieder auf Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018